hallo und herzlich willkommen bei money ja heute geht es um das skript der zone sperrzone was macht die sperrzone sie wird euch eine sperrzone anzeigen die von der polizei gemacht wird wenn es zum beispiel zu einem bankraub oder ähnlichen kommt wie funktioniert das ganze nun ja ungefähr am ort des geschehens gibt dann ein officer oder einer der polizeiberuf ist einfach über den chat pd ein und ihr seht es und in der minimap es wurde eine sperrzone errichtet die ist dann für jeden auf der map ist sichtbar und jeder der dann in diese sperrzone tritt der betritt sie quasi auf eigene gefahr gucken uns das ganze auch noch mal auf der map an auf der map ist das dann auch noch mal gekennzeichnet und so weiß auch jeder direkt hey hier ist gerade was im gange so sollte die situation dann irgendwann geklärt sein auch kein problem die sperre die lässt sich einfach aufheben gut dafür muss man nicht unbedingt die waffe ziehen einfach wieder über den chat pd rm eingeben und die sperrzone ist weg also einfach nochmal pd ist für die sperrzone pd rm ist aufgehoben den download zur sperrzone die findet ihr dann auch wieder in der video beschreibung einfach ein bisschen runter scrollen und installieren wir das ganze jetzt sei nicht auch ganz einfach wir holen und sehen order sperrzone einfach raus aus dem ordner den wir gedownloadet haben also aus der zip datei und schieben das ganze dann wieder hier einfach in unseren ressourcen ordner rein da wo er ressourcen startet beziehungsweise habt die ganzen ordner dann läuft das ganze über die server cfg da müsst ihr dann einfach noch mal start sperrzone reinschreiben und schon habt ihr das skript installiert und wie ihr gesehen habt es funktioniert einwandfrei gibt keine probleme wunderbar das war es dann auch schon zu dem skript sperrzone und wenn das wir doch einfach ein abo und like da daumen nach oben alles was mir weiterhilft macht einfach einfach machen nicht nachdenken nicht nachdenken habe ich gesagt einfach machen also bis zum nächsten video ciao ciao euer money